Beweise, dass der Schwerpunkt G des Dreiecks PRS zu der diagonalen OU des Quaders OPQR STUV gehört. Um das zu beweisen, werden wir zuerst die Koordinate von diesem Schwerpunkt bestimmen. Dann bestimmen wir zwei kartesische Gleichungen der Geraden OU und um zu beweisen, dass der Punkt G auf dieser Geraden OU liegt, reicht es zu überprüfen, ob die Koordinate von G die zwei gefundenen kartesischen Gleichungen von OU erfüllt. Also starten wir, der Punkt P hat als Koordinate 2, 0, 0, der Punkt R hat als Koordinate 0, 5, 0 und der Punkt S hat als Koordinate 0, 0, 3. Der Schwerpunkt G von diesem Dreieck PRS hat als Koordinate 1 Drittel von der Summe dieser drei Koordinaten. Also hat der Schwerpunkt G als Koordinate 2 Drittel, 5 Drittel, 1. Jetzt suchen wir zwei kartesische Gleichungen dieser Geraden OU. Dazu brauchen wir einen Punkt der Geraden, nehmen wir der Einfachheit halber den Punkt O mit Koordinate 0, 0, 0 und wir brauchen einen Richtungsvektor dieser Geraden, nehmen wir als Richtungsvektor den Vektor OU, der als Koordinate 2, 5, 3 hat. Somit können wir sehr schnell kartesische Gleichungen von OU erfüllen. Wir schreiben immer X minus auf ist Y minus auf ist Z minus auf. Hinter den drei Minuszeichen setzen wir die Koordinate von einem Geradenpunkt. Hier haben wir O gewählt, also 0, 0, 0. Und als Nenner setzen wir Lapsisse, Ordinate und Lot von einem Richtungsvektor. Als Richtungsvektor haben wir OU gewählt, dessen Absisse 2 ist, dessen Ordinate 5 ist und dessen Lot 3 ist, also 2, 5, 3. Die Gleichheit vom ersten und vom zweiten Bruch führt zu dieser kartesischen Gleichung der Geraden OU. Der Punkt G gehört zur Geraden OU dann und genau dann, wenn seine Koordinate diese zwei kartesischen Gleichungen von OU erfüllt. Also so, G ist Element der Geraden OU dann und genau dann, wenn 5 mal 2 Drittel minus 2 mal 5 Drittel 0 ergibt, so. Und wenn 3 mal 5 Drittel minus 5 mal 1 ebenfalls 0 ergibt, also so. 5 mal 2 Drittel minus 2 mal 5 Drittel, natürlich ergibt das 0. Und 3 mal 5 Drittel minus 5 mal 1, aber selbstverständlich ergibt das 0. Und daraus können wir schließen, dass der Punkt G zur Geraden OU gehört. Man hätte diese These auch anders beweisen können. Um zu zeigen, dass G ein Element von OU ist, reicht es zu beweisen, dass der Vektor OU ein Vielfaches vom Vektor OG ist. Das werden wir jetzt machen. Der Vektor OG hat als Koordinate die von G, die haben wir da bestimmt. Und der Vektor OU hat als Koordinate die von U, das heißt 2, 5, 3. Also so. Aber diese Koordinate ist genau das Dreifache von dieser und demzufolge ist der Vektor OU genau das Dreifache vom Vektor OG. Und daraus können wir schließen, dass der Punkt G zur Geraden OU gehört.